Herzlich Willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt. Heute geht es um Gil-Urferim und den ganzen Fall Gil-Urferim. Und wenn ihr da noch gar nicht im Thema seid, empfehle ich euch meine Playlist zu dem Thema. Ich bleibe natürlich auch in Zukunft dran, also lohnt sich ein Abo. Schaut da gerne mal rein, falls ihr jetzt gar nicht wisst, was da überhaupt in den letzten Monaten alles passiert ist. Denn ich denke, die meisten, die sich für den Fall hier interessieren, wissen schon, was vorher passiert ist. Von daher möchte ich das jetzt hier nicht nochmal alles auftröseln und gleich ans Eingemachte gehen. Und hier gibt es zum Beispiel bei T-Online einen Artikel, den ich euch mal vortragen möchte. Der ist natürlich als Quelle auch verlinkt. Und es gibt einige Neuigkeiten, denn das Ganze scheint sich ein wenig zu verzögern. Und ich bin durchaus gespannt, wie ihr dieses Thema momentan seht. Fall Gil-Urferim, warum sich die Zulassung der Klage verzögert. Und darauf wird jetzt hier auch nochmal eingegangen. In dem Fall des Musikers Geo-Urferim verzögert sich die Entscheidung über die Zulassung einer Klage weiter. Wann kommt endlich Licht ins Dunkel? Die Klage gegen Geo-Urferim wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung verzögert sich weiter. Zunächst müsse aber einen Befangenheitsantrag der Verteidiger gegen den Vorsitzenden Richter entschieden werden, sagte eine Sprecherin des Landgerichts Leipzig am Montag auf Anfrage. Der 40-jährige Musiker hatte im folgenden Oktober ein Video von einem Leipziger Hotel aufgenommen und daran gesagt, dass ihn ein Mitarbeiter des Hotels aufgefordert habe, seine Kette mit Davidstern abzunehmen. Am nächsten Morgen veröffentlichte er es auf Instagram. Das Video ging viral und löste zahlreiche Solidaritätsbekundungen aus. Ja, das war weltweit ein Thema. In diesem Hotel und auch den Mitarbeitern dort hat er einen Bärendienst mitgeliefert, auch dem ganzen jüdischen Volk, muss man ganz deutlich sagen. Denn er hat natürlich das Ganze hier mit dem Thema Antisemitismus auch in die Presse weitergebracht. Hatte dann natürlich auch viele Befürworter am Anfang. Auch ich habe ja am Anfang für Geofrin gesprochen und ihm geglaubt, weil ich nicht dachte, dass er so weit geht. Und man muss im Nachhinein sagen, okay, schwierig, was er dort gemacht hat und durchaus fragwürdig. Das muss jetzt vor Gericht geklärt werden, ob das alles überhaupt dann so gestimmt hat oder nicht. Ja, und diesem Hotel und auch den Mitarbeitern ist ein Schaden entstanden, auch der jüdischen Bevölkerung ist ein Schaden entstanden, weil natürlich viele sich dann in Zukunft vielleicht nicht mehr trauen, wenn ihnen irgendwas Antisemitisches passiert, dann auch an die Presse zu gehen, weil sie dann vielleicht auch als Geofrin betitelt werden, ja, im schlimmsten Fall. Und das ist natürlich schon relativ heftig gewesen, so deutlich muss man das sagen. Erhebliche Zweifel, übrigens Anwälte werfen Richterbefangenheit vor. Also das ist auch ein heftiger Vorwurf in Richtung Richter, dass jetzt quasi der Richter ja schon sehr pro dem Kläger steht. So deutlich kann man das hier mal sagen. Ihr könnt gerne mich unten auch verbessern, ja, wenn ihr da noch irgendwelche weiteren Informationen habt. Mache ich auch gerne noch ein Update. Kommentar, ihr wisst doch gar nichts, also haltet einfach euren Mund. Ja, hier geht es auch weiter. Der betroffene Hotelmitarbeiter wehrte sich und zeigte seinerseits den Musiker wegen Verleumdung an. Und das kann ich auch verstehen, weil für den Hotelmitarbeiter war bestimmt die Vorweihnachtszeit im letzten Jahr unter Oktober nicht sonderlich schön. Ja, so deutlich muss man das auch mal sagen. Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft hat sich der Vorfall tatsächlich nicht so zugetragen, wie es der Musiker geschildert hatte. Und ja, da kamen ja diese Bilder von der Bild, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, guckt, wie gesagt, die Playlist durch. Da ist alles aufgearbeitet, falls ihr das noch gar nicht mitbekommen habt. Demnach hatte der 40-Jährige die Unwahrheit gesagt, das Ermittlungsverfahren gegen einen Hotelmitarbeiter wurde eingestellt und klar gegen Oferim erhoben. Also dieses Ermittlungsverfahren, was auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt ist, gegen den Hotelmitarbeiter wurde eingestellt. Das ist schon ein deutliches Zeichen, dass es dort zu Fragestellungen kam und das nicht so schlüssig war, was Geoferim dort uns einst erzählte. Also es war zu fragwürdig am Ende, sodass das nicht mehr weiter ermittelt wurde. So deutlich muss man das ja auch mal sagen. Vorwürfe durch Antisemitismusbeauftragten, die Aufregung um den Fall des Sängers Geoferim ist aus Sicht des Bundesbeauftragten Felix Klein, ein Rückschlag im Kampf gegen Antisemitismus. Ja, hat dieser Rückschlag vielleicht auch einen Grund und einen Namen, vielleicht Geoferim, könnte man jetzt auch einfach mal so klar sagen. Als Zweifel an der Darstellung von Geoferim laut wurden, hieß es in den Sozialmedien sofort, der Jude lügt. Ja, das sind natürlich dann Dinge, die möchte ich hier in meinen Kommentaren auch nicht lesen. Ja, bleibt bitte sachlich, kritisierte der Antisemitismusbeauftragte in einem Interview der Deutschen Presseagentur. Die ganze Sache hat insofern eher geschadet. Ja, das kann man definitiv so sagen. Dann geht das hier weiter. Klein, der Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus sagte, ich weiß natürlich auch noch nicht, was letztlich herauskommt. Es kann gut sein, dass am Ende Aussage in Aussage steht und dass alle Verfahren eingestellt werden. Das ändere aber nichts an der Problematik. Jeder sollte seine jüdische Identität zeigen können, sagte Klein. Und wenn das aber in diesem Fall dort auch gar nicht der Fall war, ja, dass dort der Hotelmitarbeiter was über seine Kette gesagt hatte, dann, wie gesagt, erübrigt sich das Ganze, ja, dann hat das ja gar kein Problem gegeben. Dass es aber Antisemitismus gibt in Deutschland, das ist völlig klar. Und der muss natürlich auch bekämpft werden, das möchte ich ja auch noch mal betonen. Hier geht es aber auch weiter. Wann über die Zulassung entschieden wird, ist nach Angaben der Gerichtssprecherin noch unklar. Oferim ist der Sohn des israelischen Musikers Abi Oferim, 1937 bis 2018 und in Deutschland aufgewachsen. Abi Oferim kennen, denke ich, viele Ältere von euch auch, ja, ein Musiker sehr bekannt. Und Oferim hatte ja durchaus auch, ja, ein paar Songs rausgebracht, die man in der Jugend mal gehört hatte. Aber den ganz großen Erfolg hatte er in Deutschland nie. Er stellt sich aber anscheinend als jemand hin, der gekannt werden muss. Ja, so deutlich muss man das jetzt mal sagen. Sorry, falls ich jetzt hier auch ein bisschen straight bin. Aber ich muss sagen, ich finde es sehr schade, weil ich auch mein Gesicht und auch mein Kanal hier genutzt habe, um ihm am Anfang zu helfen und ich fühle mich da ein wenig verraten, wenn dann halt Dinge überhaupt nicht stimmen beziehungsweise doch ein wenig anders wirken und Fragen aufwerfen, wenn man das Ganze dann mal genauer begutachtet hat. Ja, wie zum Beispiel die Bilder von dem Tag, ob er die Kette überhaupt getragen hat oder nicht oder unter dem T-Shirt hatte oder über dem T-Shirt. Das ist schon ein deutliches Zeichen oder ein deutlicher Unterschied am Ende. Und ich glaube auch am Ende, dass es dort anders sich zugetragen hat. Das ist nur meine persönliche Meinung als das, was uns Oferim jetzt hier die letzten Monate immer wieder auch beteuert hat. Auch in Interviews, bei der Bild, bei Fernsehauftritten und Co. War Geoferim immer dabei geblieben. Und das muss man natürlich hier auch anmerken. Das hat nicht nur den Hotelmitarbeitern, sondern auch am Ende den Kampf gegen den Antisemitismus enorm geschadet. Die ganze Nummer, so deutlich muss man das mal sagen. Wie seht ihr das ganze Thema? Schreibt eure Meinung gerne unten rein. Und wenn ihr auch interessiert seid an weiteren Updates, lasst mich das gerne wissen. Wenn ihr Verbesserungen habt, auch gerne. Ich werde natürlich auch wieder vor der Kamera öfters jetzt drehen und hier auch bald weitere Updates zu dem Thema und anderen Themen bringen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr dann aktiv auch dabei bleibt und vielleicht ein paar Abos da lasst. Kostet wie gesagt nichts und macht mir riesigen Spaß, hier für euch zu berichten. Das soll es dann für heute gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaut wie gesagt in die Playlist rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.